Norddeutscher Rundfunk 2021 Ja, da blinkt was jetzt Nee, da dauert doch noch 32 Sekunden. Kann das sein? 86, oh mein Nichts ist das Aussie Guck, geh nicht mehr auf Nee, die will auf, nein Hör sich so auf, schluss Nach dem Seminar, was ich hier eben 2 Wochen mache ist Wauw, bat Wauw? Was dreht dich denn da mit den Rosam Flüschholtz? Mach sch ... So, da kommt jetzt einer, der andere liegt, sollte ich da einlegen, der andere mit mir. Ach so, also zwei auf dem letzten Schenkel. Ich hab jetzt gesagt, überweist ihr das? Überweist überhaupt nichts. Also ob das notwendig ist? Wahrscheinlich ist er danach für mich. Wir sind alles nur für Tierschutz. Das wäre ungefähr, wenn man versucht, einem Menschen seinen Charakter zu ändern. Also das ist eingebunden. Ich hab jetzt ein Foto von einem Bild geschossen. Der Hund ist jetzt aber gestorben. Das ist der Scherzblinder-Zohn, den ich je gesehen habe. Rum, 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 rum. Was macht er denn da? Was denn? Ein Scherzbild. Ja, Lukas ist auch so. Das steht da auch noch. Aber ich hab eben noch dran gedacht. Aber ich hab eben noch dran gedacht. Ich dachte eben, gerade irgendwas hab ich noch nicht. Ach, das wäre dann schön. Lukas geht gleich los. Das ist gut. Jena, wieviel Punkte hast du? 81. Glückwunsch. Ja, wünsch ich dir auch noch durch. Naja. Das war grausam, Mann. Hier, die erste Schenkel? Ja, aber... Ich kann das nicht verstehen. Sorry. Beim ersten Schenkel oder was? Auf der gerade. Beim ersten oder beim zweiten? Meine war noch nicht mal zu Ende. Ich hab gedacht, das ist falsch. Ja, das ist... Ach, mach's nicht. Ina war es beim ersten Schenkel? Ich kann das linke auch nicht gerechnet. Hä? Wir müssen mal einen von uns den Spitznamen geben. Ich weiß nicht, welche Ina du jetzt meinst. Ich mein die hinter mir. War das auf dem ersten Schenkel? Nee, auf dem zweiten Schenkel.